Hey Leute, ich bin's, MacFavorik. In dieser Anleitung möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr lackschont Vogelkot vom Auto entfernen könnt. Umso schneller man hier bei dem Vogelkot reagiert, umso besser ist es natürlich für den Lack, weil das kann sich richtig reinfressen in den Lack, da es halt auch ein wenig ätzend ist. Und ja, wie kriegt ihr das nun ab? Ihr nehmt einfach so ein Küchentuch, macht das feucht mit warmem Wasser und dann legt ihr das hier auf die betroffene Stelle, drückt das schön an und lasst das jetzt mal für gut 5 Minuten einwirken. So, und wenn das Ganze eingewirkt ist, könnt ihr das hier vorsichtig entfernen. Ihr seht schon, das löst sich hier relativ gut. Dann könnt ihr das einfach so ein bisschen hier noch schon mit wegwischen und dann hinterher nochmal mit einem sauberen Tuch einfach drüber. Ja, ich hoffe, euch hat die Anleitung geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer Mac Peverig. Da, dann würde ich jetzt einfach denn sagen, damit wir haben, wenn wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020